ARD Text im Auftrag von Funk 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 Oh nein, geklaut! Wer denn? Die Juden, Alter! Da ist die Unis wieder. Jet! Und wo? Und? Liegt einmal vorbei, ja. Ein-Hit. Er fliegt, Alter, wie so ein Zocker. Ja, ich hab's gesehen. Ey, guck mal. Der ist down. Okay, C1, C2, D2, Bro. D2. Unter uns ein bisschen. Liegt zu C1. Der ist auf Panzer? Nein, ne? Lass erst die Infanterie machen. Ja. Raumschiff, Raumschiff bei B1. Ja, C1. Gibt. Jawoll, Bruder. Der war voll. Ja, Mann. Was ist das? Jet. Okay. Schönen vor. Schönen vor. Schönen vor. Tschüss. Schönen vor. Oh mein Gott. Ah! Der hat voll uns rein, Alter. Ja, aber wir haben ihn. Ich hab den Kiel bekommen. Aber wir haben jetzt ein Problem, ich muss reparieren. Schönen vor. Schönen vor. Hast du auch Werkzeug? Nein, kannst du gar nicht? Nein, den kann ich nicht. Rein, rein, rein. Mit der Igna drehen. So will ich dich sehen, Junge. Was ist das für ihn, Alter? Little Bird unter uns. Ja? Ja, okay. Ja, da. Gesehen? Gleit geflirt. Feuer frei. Er ist so klein und schnell, Alter. Ja, Bruder. Ist so schwer zu treffen, ne? Wie überlebt ihr das? Ja. Ein Fix, Alter. Kommt ihr jetzt bei uns raus? Rechte Seite. Gut. Okay, D2. Tank. Hier ist der Panzer. Ja. Weißt du, ob meine Waffe gut ging? Hol die Infanterie, genau. Oh nein, Schluss weg. Ja. Hol die Infanterie beim Panzer, Bruder. Ich bleib hier stehen. Ja, ich guck mal wo du jetzt. Okay, ich sehe die Infanterie nicht mehr. Doch, hier ist einer. Hier läuft einer. Auf grün. Auch beim Panzer auch. Neben dem Panzer. Jetzt auf Tank. Ich glaube, meine Waffe ist nicht gut gegen Panzer, Bruder. Oh nein. Ich hab's nicht gesehen von wo. Ich glaube nicht. Ich stehe dabei. Lauf von mir. Ja, ich auch. Ja, ja, genau. Das ist weg. Hovercroft und bei A1. Okay. Genau in der Mitte. Was ist das? Diese A, dieses Schneemobil. Wie vieles aushält, Bro. Ja, das müssen die Patchen, Bruder. Unbedingt. Und das ist leichtes Fahrzeug, ne? Angeblich. Ja, ja. A1. Auf dem Dach. Linke Dach auch. Safe. Da ist einer. Unten. Unten. Dort. Oben auf dem Dach. Jawoll. A1 clean. Dann B1, Bro. Linke Seite. Hier, hinterm, äh, ja, genau. Sieht erst mal clean aus. Okay, aber wir nehmen ein. Die kommen jetzt hier hoch, bestimmt, ja, ja. Nicht mehr, okay. Die Schüsse kommen da hoch. Wo guckst du? B1? Ja, ich gucke ein bisschen weiter. B1. Einen habe ich. Drei habe ich und ich muss weg. Ich verliere ein A1. Ey, 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 attacke die rechts. Noch nicht schießen, noch nicht schießen. Ja. Feuer frei. Wo willst du hin, du Hund? Und der ist ausgewischen. Jet, jet, jet. Ja, 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 ja. Ausrüstung zerstört, schweb da, Alter. Wie hat dieser Helikopter das überlebt? Ich verstehe das nicht, Bro. Ja, 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 ja. So ein Glückspilz, ne? Warte. Elibro von uns. Der brennt. Danke. Jetzt B1, Bruder. Stieg hoch. Ja, es ist Full House. Stieg immer näher. Alles gut, ich flieg immer näher. Es ist auch Regen, weißt du, man sieht gar nichts. Hier, auf dieser Höhe ist einer. Bei Grün. Ah, ja. Und weg. In der Luft. Sauber, Junge. Killer, Alter. Was für ein A-Mushal. B1? Ja. B1? Güellара. B1? B2? 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 B1, wir werden gelockt. Hast du ihn gesehen? Oh, der hat uns gehütet. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Nee, tot, Bruder, sorry. Meine Schuld. Er trifft doch eigentlich nicht. Jawohl! Jawohl, 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 jawohl. Wir können A1. Ja, jetzt A1. B1 soll dich erst mal beruhigen. Unser anderer Heli kommt auf. Oh, Heli kommt auf und zu, von ganz oben. Ja, jetzt A1. Ja, 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 ja. Komm her, Wille, honl das mal. Komm her, Wille. Komm her, wir sind vor. Hatsch, die sind nicht mehr. Hatsch, die sind nicht mehr. Hatsch, vorwärts! Ja. Die Zeit ist vorbei. Was ist das, Jet? Hinter uns. Wo ist ihn? Ich sehe nichts. Ich sehe ihn auch nicht. Wie ist ihn? Doch. Über uns. Okay, scheiß auf ihn. Er hat uns nicht mehr gesehen, alles gut. B1, Bro. Ah, sind wir hoch. Ich fliege näher ran. Da ist ein dicker Schiff. Ja, guck mal erstmal nach Infanterie. Ja, ja. Das läuft immer. Wow. Wow. Ha! Der trifft nicht. Ja, ja. Warum piepst du jetzt nochmal, du Wichser? Ich will nur Angst machen. Jet links. Aber der kommt nicht zu uns. Ja, der versteckt sich da, Alter. Siehst du ihn, oder was? Ja, hab ihn gesehen. Ja, mein Gott weiß. Diese Flares sind auch nicht zuverlässig, Alter. Nee, leider nicht. A1? Haben wir auch im Video gesagt, Alter. Rade, Wallah. Wird aber bestimmt gepatcht. A1? Jett rechts an uns vorbei. Egal, machen wir weiter. Oder? Warte kurz. Warte kurz. Der kommt. 12 Uhr. 12 Uhr. Sind bei uns jetzt. Vor uns jetzt. Lieg' mal hoch. Der kommt. Feuer frei. Komm du Pisser, komm, komm du Pisser, wer dreht jetzt, der muss, wer hat es ohne. Komm du Pisser, du wolltest Krieg, kannst du es haben. 1-Hits, ich habe ihn, ober und out. Da wird schon rumgeballert. 1-Hits, ich habe ihn, ober und aus. Mach's wie kalt, Bruder. Keine Gnade mit diesen Arschlöschern. B1, Little Birch, gehen wir kurz helfen. Unter uns, Feuer frei. A1. Ah, hab einen einfach reingeballert und weißt du wen? Duplin, wieder dieser Duplin, der gleiche Team. Hier unten. Hat der geschossen? Ja, ja, ich hab gesehen. Aber er ist tot, er ist tot. Perfekt. Wurde zu reparieren? Ja, okay. Ich hab Angst. Einfach fallen lassen. Genau. Da ist er. Bei über B. Raubst du dran? Ja. Okay. Und der wird auch bei A1. A1? Der Teki liegt von uns. Ja. Ganz close. Er hat geflirt. Feuer frei. Das war der Jet. Oder schnell, schnell. Das ist weg. Aber er hat krasse Hilfs, Alter. Hab ihn. Nice. Wer ist das? Ich seh nix. Er hat schnell nichts hängen geblieben. Noch ein Heli über B1. Noch ein Technik. Gesehen. Gesehen. Scheiß drauf, oder? Guck mal A1. Er hat geflirt. Oh, ja. Feuer frei. Ja. Und tschüss. Ein Hit nur. Hat überlebt, der Wichser. A1. Wenn du willst. Ja, let's go. Links unten. Ja, tot. Panzer oder Antier? Panzer, ja. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. A1 immer noch. Action, Jackson. Mein Gott. Ich hab leider keine Raketen für ihn, Bro. Ja. Scheiß auf den. Guck mal Infanterie, Mann. Scheiß auf den, Bro. Genau. Igler ist das. Das ist ein Igler auf jeden Fall. Jawoll. Du darfst nicht überhitzen, Bruder. Ja. Du darfst nicht überhitzen, Bruder. Ja. Panzer muss er sein, Bro. Guck schon. Panzer schießt auf uns. Hey, rechts. Guck mal hier. Für uns hingekommen. Antier. Ah, nee, nee. Ich schläg mich lieber nicht mit denen an, Bruder. Ich hab keine Raketen, weißt du. Ignorieren, Bruder. A1. Da läuft einer. Hier auf Ping. Auf grüne Ping war der. Ja. Da läuft ihm noch. Ja. Da ist es. Ja. Ah, ne los, für dass wir zägen. Lass sie weg, in die Fl hobbit zu bleiben. Lidl Börd? Lidl Börd, ja, ja. Ja, das ist so. Jawoll. Ikla bei uns in der Base. Ikla bei uns in der Base, Bro. Ah, ja, ja. Ja, genau. Mein Panzer auch, ja. Jet. Ein jetzt. A1 jetzt. Ja. 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 4-1. Ja. Jawoll. Jawoll. Ah, schade. Erster. Ja? Ich bin Zweiter. Ich bin Zweiter, Bro. Yes, Baby. Das erste Mal, ja. Yes, Baby. Yes. Wir haben die rasiert, Bruder. Kammer. Das war etwas, oder? Ich bin Zweiter. Druckplatzierung zweiter. Stark, stark. Ja. Ich bin Ende.